Kauf dir ein E-Auto, dreh die Heizung runter, platziere den Deckel ordentlich am Kochtopf, spare Strom, wasche Teller mit der Hand anstatt mit dem Geschirrspüler, verzichte auf das Auto, fahre mit dem Bus und Urlaubsreisen mit dem Flugzeug gehen ja mal gar nicht. Seit Monaten will uns die Regierung samt Klima-Hardliner vorschreiben, worauf wir nicht alles verzichten müssen. Aber die Österreicher werden ohnehin zum Stromsparen verdonnert aufgrund der exorbitanten Preisexplosion. Für die Eliten schaut es natürlich mal wieder anders aus. Dass die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ein absolutes Fable für Flugreisen entwickelt hat, ist inzwischen jedem in Österreich klar. Sie fliegt zu jeden Kaffeekränzchen mit dem Privatjet oder auch, wenn es darum geht, Pseudo-Energieeinkäufe in arabischen Vorzeigedemokratien zu tätigen. Doch es gibt noch jemanden in Österreich, der die Welt lieber von oben anstatt von unten sieht. ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nutzt in diesem Jahr wirklich jede Gelegenheit, um Österreich den Rücken zu kehren. Grundsätzlich ja eine gute Sache, aber leider schlecht für die CO2-Bilanz und für das Geldbörsel der Österreicher. Denn bezahlen für Sobotkas Reisen dürfen natürlich die österreichischen Steuerzahler. Und die können sich in diesem Winter maximal einen kurzen Ausflug auf den schneebedeckten Balkon leisten. Sobotka absolvierte in diesem Jahr ganze 19 Auslandsreisen, wie eine Analyse der Parlamentskorrespondenz ergab. Schauen wir uns mal an, wo Sobotka überall hingereist ist. Das Jahr startete Sobotka mit einer Reise nach Deutschland. Im März ging es dann weiter nach Tschechien und Indien und auch Slowenien stand am Reiseplan. Im April dann nach Tschechien, in die Schweiz und im Mai nach Italien. Weiter ging es dann nach Israel, Großbritannien, Deutschland, Türkei, Italien, Lichtenstein, Slowakei, Kanada, zu unserem Nachbarland Deutschland, Kroatien, Italien und im November zog es ihm sogar nach Südkorea. Und das Jahr ist noch nicht einmal vorbei. Naja, vielleicht folgt schon bald eine Reise in das französische Weinbaugebiet Bordeaux. Oder vielleicht auch auf die Kalkterrassen ins türkische Pamukkale. Pamukkale. Schließlich wissen wir ja jetzt, dass Sobotka eine Vorliebe für Terrassen und ein gutes Glas Wein hat. Also Herr Sobotka, weiter geht's. Ganz nach dem Motto, Reisen für die Elitner, Energie sparen für den Pöbel.